Und da sind wir auch schon wieder, haha, das war jetzt vielleicht ein bisschen laut, weil ich bin jetzt drauf gekommen, auch wenn ich den Ton quasi am Headset ausschalte, hört ihr trotzdem, er nimmt trotzdem den Ton auf und das ist sehr, sehr praktisch, weil jetzt kann ich nämlich den Ton auftritt lassen und höre nicht alles doppelt. Und das ist wirklich eine sehr große Erleichterung, das sage ich euch. Egal, weiter geht's. Juhu, da geht's, Zombies Schnitzel mit ner geilen Tante. Also mein, ernsthaft, die strahlt oder so? Die ist ja wirklich so, hey, seht mich an, seht mich an, ich bin hübschen schön und kann kämpfen. Ich wusste gar nicht, dass die Zombies sprechen können, das ist, oh, äh, mit LB, LB war da oben, genau. Ich jetzt erstmal die kleinen machen. So, jetzt werde ich meinen Lollipop reinhauen. So, jetzt markieren, 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 huah. Pompons! Okay, warum ist der so? Du bist jetzt menschlich lang, hä? Stirb, George! Kommt, Swim! Okay. Juhu! Hatte ich nicht gerade irgendwo ein Telefonat oder so? Warte, da, da stand doch irgendwo ein Telefonat, hallo? Hm. Oh, die schauen ein bisschen heftig aus. Der kann dominieren. Die klingen wie die Taleks. So, wir sind aggressiv und schwieriger zu töten. Nein, das habe ich jetzt schon gemerkt. Moment kurz. Ja, ich nehme eh auf. Ich muss das halt jetzt immer kontrollieren, ob ich aufnehme. Das Kabel von meinem Headset ist mir gerade im Weg. Moment. So. Ja, nehmt die beides auf. Fast schon. Das Coole ist ja, er tut ja wirklich, nach jeder Aufnahme, tut er wirklich das nächste als, also ich fange mit 0 an, aber der fangt, zählt dann wirklich runter. Also von 0, 1, 2, 3, und das ist sehr, wirklich sehr praktisch, das Programm. Oh. Jetzt schlägt mich wieder das Kabel. Ich habe mich unten angeschmissen. Nollipop, wir haben es ja. Halt mich weg, also jetzt schlagen sie mich wieder. Uäh. Oh, ich muss weg, ich muss weg, go. Die sind schwierig. Es ist, es ist voll in der Weg, du schlägst gerade zu und ziehst und nö. Was ist das, ich mache jetzt einfach mit den Kampen, das ist ja egal. BÖM! Da geht's ja. Ich will mich wieder weg. Ich mache mir alle Kampen, meine ganzen Lollipops, Rufy, Rufy. Bose hat ja nicht aufgehauen. Josef! WTF? Nein, 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 nein. Kannst du bitte sterben? Das gibt's ja nicht. Nee, ich geh... Schlag schneller zu! So, jetzt zeige ich noch den einen Sprühfunky da. Chopp, chopp. Ja, was ist? Wie komme ich da hin? Hallo? Egal, komm her. Natürlich schlagt er her. Ich muss weg, wenn ich die Kamera sieht. Zu den einfachen Zombies hätte ich nichts dagegen gehabt, aber... Was mich nervt, ist halt wirklich, dass du die... Normalerweise kannst du sie immer irgendwie unterbrechen. Ihnen erscheint nicht, okay. Ja, leb wohl, Lollipop. Kann ich das vielleicht... Kann ich das gleich so auswählen? Wow. Wow. Komm schon, Cherry. Thanks, Cherry. Jo, welcome. Unrein und uncool. Was ist das denn? Soll ich ein Kontrolleur im Prolog? Ich bin gar nicht im Prolog. What the fuck? Wo ist das denn? Ich bin gar nicht. Nic, bist du hier? Es ist okay, raus zu kommen. Nic? Bitte. Julia! Was ist das denn? Du bist der. Um... in der zu den kopf gebissen hätte sie das nicht vorher machen können hat so besitzt ihm nur noch mal ich hatte noch mal Keine Angst. Was ist das Schlimmste? Das ist das Schlimmste. Und der... Das Escalated really, really, really quickly. Okay, 8 Minuten ist dann doch ein bisschen zu wenig. Der Prolog ist jetzt im Rangmodus verfügbar. Im Rangmodus vergleichst du dein Können mit Zombiejägern aus aller Welt, in dem du Level nach ganz bestimmten Regeln schaffen musst. Okay. Ah, okay, das kann ich dann auswählen. Cool, cool, cool. Das ist ein heftiger Scheiß. Ähm... Modus? Ist das Modus? Nö, nö, nö. Da will ich nicht hin. Ähm... Mit Juliet's House kann ich nicht hin gehen? Oder ist das Y? Ja, das ist ein bisschen lang. Kostüme, Bestenliste... Okay. Jetzt ist jetzt die Frage, wo... Äh... Ich muss dann noch ein paar Sachen... Also besser gesagt, ich muss dann noch rendern, ich muss noch die Sachen einstellen, wie zum Beispiel, dass der Ton gut ist, weil ich weiß noch nicht ganz die Einstellung... Also seit... Ich hoffe, es hat trotzdem gefallen. Weil irgendwie bei der Aufnahme selber, wenn du den Ton aufnimmst, ist er ehrlich gesagt ein bisschen kriselig. Ähm... Ähm... Wenn ich jetzt ehrlich bin, möchte ich jetzt mal schauen, wenn ich... Ja... Ich hoffe, dass es gespeichert... Weil ich werde jetzt einmal... Äh... Drei Parts... Nein, ich wollte ihn... Ach... Nein... Ja... Ich will nämlich jetzt mal die drei Parts, dann habe ich mal die drei Parts. Vielleicht spiele ich nachher noch welche, aber... Äh... Zwei Gigabyte sind dann doch halt ein bisschen viel. Okay, Spielstart... Komme ich da jetzt wieder am Anfang, oder... Komme ich da direkt hin, weil ich habe... Na... Es sind ja erst 10 Minuten, ja... Also ich habe noch... Okay, geht... Geht eben gleich weiter. Okay, passt. Ja... So, okay, dann werde ich jetzt hier die Aufnahme beenden. Und jetzt werde ich mal die drei Parts rendern. Und... Ja... Und ich hoffe, es hat gefallen, liebe Leute. Und wir sehen uns im nächsten Part von Lollipop Chainsaw. Also... See ya, my friends!